Das macht nichts. Die Dämmerung braucht uns woanders. Was haben wir denn da? Die Geldbörse. Und wieder zurückspringen. Und wieder springen. Und... Über Eck springen? Geht das? Moment. Guck mal hier. Oh. Was haben wir denn hier? Und da? Und... Was geht denn hier? Ja, also... Eine reiche Beute. Ja gut, die Flaschen, ne? Ja, das ist eine Vorratskammer. Hier ist so hoch, ne? Dass man gar nicht hier wegkommt. Ah, Mist. Die Stadt ist voller Hoffnung, Schwester. Unser Glaube muss stark bleiben. Der neue Anfang für alle steht unmittelbar bevor. Schhhh. Schhhh. Es wird spät. Hey, warte. Ist der Dario nun vorbeigelaufen? Niemand hier außer Händels? Kommt, Brüder und Schwestern! Es ist Zeit, dass alle Hoffnungsvollen von den Götzen umarmt werden! Werden wir Orion sehen? Nein? Er ist derjenige, der uns reinigen wird! Doch, Kategorale! Doch, Kategorale! Du ruhig mit der Haut! Du ruhig mit der Haut und den Armen! Ab jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ein neues Zeithalter nach! Die haben alle... Kapitel 7! Blut! Wer ist Orion? Hmmm. Die verborgene Stadt! Tja, die Führung habe ich wohl verpasst. Wenn ich Orion seinen Irrtum klar machen will, muss ich selbst einen Weg darunter finden. Würden diese Steine reden? Dann wohl in Rätseln, wie die Königin der Bettler. Wie oft ist die Stadt schon gefallen und auferstanden. Sie hat mich nie dazu gebraucht. Ich hab sie gewaschen, die Wunden gereinigt. Orion gab euch eure Stadt zurückfahren. Doch er kann keine Toten weg. Es wird uns heilen! Ihr müsst nicht leiden, so wie sie. Glaubt an die Dämmerung, die ihr werdet gerettet. Ich kann sie nicht allein lassen! Eure Tochter ist tot! Lebt für sie! Oder sterbt mit ihr! Ich sollte mich nach Dayport schleichen! Oh man schießt die mich ziehen! Die Hoffnungsvollen sind vereint! Orion ist bereit! Riegeln wir die Kathedrale ab! Aber wie viele unserer Brüder und Schwestern sind noch auf den Straßen? Die Straßen gehören uns! Kein heimliches Flüstern mehr! Keine Angst vor den Geigen! Alle Gläubigen, die jetzt nicht hier sind, vermissen wir! Das ist keiner! 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 Ich bleib mal lieber ein Stück hier drin, sonst... Keiner! 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 ich bin ich wirklich geheilt fühlt sich das so an gepriesen sein derzeit der ungläubige ein beweglicher ich werde meinen glauben beweisen sie kommt ja glaube ich nicht vorbei weil es hier erst nicht mehr da erst nicht um der system warum zeigst du nicht ein gesicht schon mal gucken was hier drin ist ich habe gegen die wache des barons gekämpft ist nix nix auch nix nix ein ungläubiger weit und breit sei auf der hut er könnte es wieder versuchen so mal gucken wasser war das ne wir haben gewonnen wie kann das sein jetzt gehört er uns jetzt kämpfen wir ich bin noch nicht mit dir fertig ich bin ein niemand ein niemand ich bin hinter dir stehe ich nicht so wirklich eigentlich steckt es ja dahinten verflucht hier ist nichts ähm ich finde niemanden ich sage dir du hast du etwas die ja mein gott die den die 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 Diese verdammte Stadt. Mein Nacken schmerzt. So, Wasser. Was ist denn das? Ich hoffe mal, die machen das Ding nicht wieder an. Hm, hier oben bringt man auch nichts, ne? Guck mal, da hängt man auch. Ach, der hat das wieder angemacht. Ach, da oben, oh, da oben ist jemand. Für die Götzen der Dämmerung. Da oben ist ja jemand. Hm. Oh, mein Gott. Komm, 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 komm. Hä? Ich komme dich holen, Ungläubiger. Komm raus, Freund. Ich beiße nicht. Hm. Das ist echt die Frage, wo ich lang soll, ne? Geht in mich, du geh ganz schnell! Halt! Oder ich schieße! Hey! Ich werde meinen Glauben beweisen. Im Licht der Dämmerung. Er hat die Götzen geprüft. Doch wir waren standhaft. Ich sieht mich da eh nicht mehr. Hm, hm, hm. Als wäre er nie hier gewesen. Ja, flieh dir ein Ungläubiger! So, dann holen wir da weiter das Zeug. Er hat die Götzen geprüft. Doch wir waren schadenhaft. Okay, das ist die Tour. Die Tastatur, oder? Das Spiel. Hm. Sparschern kann man ja nicht, ne? Nö. Wieso wir denn hier auch kommen? Oder irgendwo hin überhaupt kommen? Was ist doch alles? Ja. Bist du hier auf Feuer ausgerichtet und hier? Bringt man nichts? Ich komm nicht hoch. Ja. Das ist sie. Warte auf das Licht der Dämmerung, Bruder. Denn die Schatten sind nichts als verraten. Ja. Da habt ihr wohl recht. Ich muss schlafen. Oh. Oh. Warte. Ist da gerade jemand vorbeigelaufen? Nee. Ich sehe hier. Er ist nicht mehr da. Tja. Er ist nicht dumm. Tja, 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 tja. Da. Okay, hier ist mich hier. Ah, Nahrung und da und was und da und was und. Chip und Chip und Chip. Hm, sieht nicht sehr haltbar aus, das Ding. Ja. Habe ich fast befürchtet, dass das Ding durchbricht. Ich könnte mich auch erstmal hier unten rumgucken.